Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. In dem Video geht es um zwei Apps und zwar um diese beiden, 7TV und TV Now. TV Now ist von RTL Group und 7TV ist von ProSIM, Sat.1 Media Group. Ich hatte erst ein Video gemacht, nur zu TV Now, aber das ist eher so ein Hate Video geworden. Und deswegen mache ich das jetzt mal lieber so pro Contra. Also ein schlechtes Beispiel, das ist hier, da, dieses hier, TV Now ist schlecht und das gute Beispiel im Gegensatz 7TV. Dass man da so ein bisschen vergleichen kann, vielleicht, ja, nicht, dass es wieder so ein Hate Video wird. Gut, weil zu RTL kann ich momentan echt einfach nur sagen, fickt euch. Ich hatte damals ja mal einen Receiver, wo auch schon, wo man diesen Red Button drücken konnte. Und dann haben die schon angefangen mit diesem RTL Now, Vox Now, RTL 2 Now, mit dem ganzen Now Dreck. Und da hatte ich ja schon mal ein Video gemacht und das erwähnt. Ich weiß ja nicht, in welchem Video ich das erwähnt hatte. Da wurde ich schon mal gefragt. Und die ersten Tage konnte man das damals testen und da war es gratis. Und ich verstehe es nicht. Danach solltet 18 Euro noch was kosten. 18 Euro noch was. Ey, Leute. RTL. 18 Euro noch was, fickt euch. Dafür, dass man die Mediatheken benutzen kann. Jetzt kommt das Beste dran. Ich würde ja diese 18 noch was, wenn ich wirklich viel beschäftigt bin oder arbeiten bin oder auf Montage bin oder eine Woche auf Montage und dann wieder zu Hause. Und ich so auf RTL so meine Lieblingsserien habe oder Filme, Serien, die ich gerne gucken wollen würde. Würde ich das ja einsehen mit diesen 18 auch was, obwohl das echt zu teuer ist und das Programm von RTL ist einfach so momentan echt unterirdisch. Sorry, ist nur mal so. Ich bin da eigentlich fast komplett Verweigerer. Ich gucke jetzt RTL eigentlich nur noch wegen drei Sachen mit meiner Freundin zusammen. Den erkläre ich euch nachher auch noch. Und da, wie gesagt, 18 noch weiter. Würde ich ja einsehen, wenn ich die Mediathek so benutzen könnte, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, ich zahle Geld dafür, dass ich diese Mediathek benutzen kann. Also möchte ich in diesen Serien und Filmen, die ich mir in der Mediathek angucke, von Werbung befreit sein. Ich möchte spulen können, wann und wie lange ich will und nicht so wie RTL das damals gemacht hat. Also damals war es dann so, die Serien kamen so wie im Fernsehen, halt am Anfang Werbung, am Ende Werbung, in der Mitte Werbung. Und wenn du versucht hast, diese Scheißwerbung zu spulen, dann bist du zack am Anfang gelandet. Und dann konntest du halt wieder die Hälfte gucken. Oder musstest du halt langsam gucken, dass du mit spulst. Du musstest, bis zur Werbung konntest du spulen, dann musstest du Play drücken, musstest dir die 5 Minuten Werbung, wie auch im Fernsehen, komplett angucken. Damit du dann weiter gucken kannst. Während der Serie konntest du spulen. In der Werbung konntest du nicht spulen, konntest nichts machen. Und dafür 18 Euro noch was, alter RTL. Also dafür habt ihr euch einen Doppelfinger verdient. Absoluter Müll, absoluter Dreck. Ja, jetzt habe ich gedacht, haben sie aus ihren Fehlern gelernt. Gibt ja hier noch andere Anbieter, die vernünftige Apps hinkriegen und Mediatheken hinkriegen. Jetzt habe ich gedacht, RTL, gut, haben sie gelernt. Ich wollte, meine Freundin wollte irgendwas gucken, irgendein Typ kocht, frag mich nicht, ich weiß ja nicht, irgendeiner kocht. Und den wollte er unbedingt gucken. Und wir hatten den verpasst, habe ich gedacht, guckst du mal, ob die auch so eine scheiß App haben, haben sie auf dem Fire TV auch, TV No. Rundteile an. Ja. Stand auch kostenlos da. Und das ist eine absolute Fehlinformation von RTL, auch wenn ihr auf Amazon, auf diese Apps, diese TV No. App guckt, da steht auch kostenlos. Dafür RTL kostenlos. Man kann sie kostenlos runterladen und um weiterzumachen, um überhaupt in die App weiter reinzukommen, muss man Namen angeben, E-Mail-Adresse angeben, Alter angeben, bla bla bla. Ne, absolut nicht. Ich werde euch mal RTL No unten drunter verlinken und ich werde euch 7TV mal unten drunter in die Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr gerne mal bei Amazon die Rezension gucken, die auch andere zu RTL geschrieben haben und zu 7TV geschrieben haben. Und da werdet ihr sehen, 7TV schneidet so ab und RTL schneidet so ab. Ebenfalls, wie gesagt, ich hatte dann einen Kumpel und konnte dann halt, der hatte sich bei RTL No angemeldet, weil er testen wollte und hatte dann noch 3-4 Tage übrig, hat sich aber da schon abgemeldet, weil er damit auch nicht zufrieden war. Habe dann seine Daten bekommen, um das für 2-3 Tage mal testen zu können, habe ich auch gemacht. Leute, das ist echt, ne, weiß ich nicht. Man muss dann 2,99 Euro pro Woche zahlen für diese App, damit man das nutzen kann. 2,99 Euro pro Woche. Gut, denkt man sich. Kann ich die Mediathek vernünftig benutzen? Kann ich spulen, wann ich will? Ich kann, äh, ich kann gucken ohne Werbung? Nein. Nein. Es wird trotzdem, du wirst mit Werbung zugeballert am Anfang, mittendrin, am Ende, überall ist Werbung. Das Ding ist Müll. Aufgebaut ist die App ganz schön, aber sie ist Müll. Sie ist einfach nur Rotze. Sie ist Müll. Sie ist der letzte Schund. Und die Qualität ist nicht mal HD, nein, SD. Und dafür zahlt man 2,99 Euro pro Woche. Also RTL, für den Scheiß, was ihr euch da einfallen lassen habt, also fickt euch einfach mal ins Knie. Das ist widerlich, das ist Abzocke, das ist Billard-Dreck, das ist einfach nur Abzocke. RTL zockt uns ab, wo sie können, mit ihrem Loser-Programm. Einfach RTL, fickt euch. Also ich will schon, warum ich euch verweigere. Ihr seid der letzte Scheißverein. So, jetzt kommen wir mal zum positiven Beispiel. Jetzt kommen wir zu 7TV. 7TV, auch gratis. Komplett gratis. Nichts mit anmelden, ihr braucht keine Daten von euch freigeben, nichts. Ihr ladet euch die App runter, startet sie, fertig ist. Dann könnt ihr in der App, habt ihr oben was so als letztes gesehen wurde, oder ausgestrahlt wurde, und unten habt ihr die Sender. Also ProSieben, Sat.1, ProSieben Max, ach du Scheiße, was gehört noch dazu? Kabel 1, keine Ahnung, jedenfalls unten die Sender. Ich gucke immer nur ProSieben Max, muss ich gestehen, sorry. Ich gucke nur One Piece und Naruto. Dafür braucht man nichts bezahlen, man kann sie gratis runterladen. Man kann, also ich habe jetzt nichts gefunden, was jetzt in der App nicht vorhanden sein sollte, was im normalen TV-Programm kommt. Ich gucke aber auch normal TV, nicht so, aber egal. Und wir haben am Anfang Werbung. Also vorhin Monat war, glaube ich, irgendeine Versicherung, und dann kam irgendeine Autowerbung von irgendeinem Auto, frag mich nicht. Ist schon eine Weile her. Die kommt am Anfang, die kann man auch nicht überspringen, die muss man gucken. Das sind so, je nachdem, was für Werbung ist, so 10, 15, 20 Sekunden. Ist verkraftbar dafür, dass man gratis gucken kann und auf die Mediathek zugreifen kann. Hat man natürlich jetzt zwei, drei Tage oder vier Tage seine Serie verpasst und man will halt alle Folgen am Ende hintereinander weggucken, geht das auch ohne Probleme. Aber jedes Mal, bevor die neue Folge anfängt, habt ihr diese 10 bis 20 Sekunden Werbung. Also ich möchte mal sagen, 10, 20 Sekunden Werbung kann man locker verkraften dafür, dass man denn seine Mediathek, seine Filme und Serien oder beziehungsweise die Serien, die man verpasst hat, gucken kann. Also ist für mich definitiv verkraftbar. Weil die wollen ja auch Geld machen, logischerweise, und knallen sie natürlich Werbung drin. Und einmal Werbung dafür, also ist verkraftbar. Also das ist wirklich verkraftbar. Man kann maximal zwei Wochen zurückgucken. Also praktisch die Folgen, was bis vor zwei Wochen war, danach wird immer aktualisiert und schiebt dann immer das letzte halt immer hinten raus. Und dann ist es weg. Und ja, also da muss ich echt sagen, da hat Seven TV wirklich alles richtig gemacht. Es sind alle Sender der Gruppe mit bei. Die Serien sind mit bei. Wenn man was verpasst hat, man kann sie sich angucken. Gut, ist Werbung. Die Werbung ist aber verkraftbar. Es ist nicht, man wird nicht mit Werbung zugeballert. Es ist ein Werbespot am Anfang und dann kann man in Ruhe gucken. Man wird nicht übermäßig belastet mit der Werbung. Die Qualität ist auch nur SD. Aber dafür ist gratis. Ja, also ist jetzt nicht, gut, ist ein bisschen uffelhübsch, da sieht die SD-Grafik aus. Also ist schwer zu beschreiben. Mal habe ich das Gefühl, ich gucke HD, mal habe ich das Gefühl, ich gucke SD. Aber weiß ich auch nicht, woran das liegt. Aber mit der App bin ich echt sehr zufrieden. Im Gegensatz zu TV Now, die wirklich absolut Rotze ist. So, also wie gesagt Leute, Now, TV Now, spartet euch. Spartet euch. Ihr braucht diese Scheiße überhaupt nicht runterladen. Dann, klingt jetzt doof, aber dann guckt lieber auf TV Now im Internet. Da soll es nur gratis sein. Habe ich nicht getestet. Will ich ja nicht. Ich sage zu RTL nur fickt euch. Sorry, aber das ist nochmal so. Das bringt mich halt auf. RTL ist halt nochmal ein Rottsender. Die haben es damals mit der Gamescom verkackt. Und jetzt machen sie immer weiter. Ihr rollt das Programm. Also es gibt halt momentan nur drei Sachen, die ich da gucke. Das ist DSDS mit meiner Freundin, wenn sie da ist, weil sie diese Vorentscheid gucken will. Wer gut singen kann und wer nicht. Und dann guckt sie Dschungelcamp. Und zusammen gucken wir Magda. Zu Magda werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Video machen. Weil die spricht auch keinen richtig Polnisch. Also keinen polnischen Dialekt. Aber die kommt alles in dem Video. Aber wie gesagt, die drei Sachen gucke ich. Und sonst kann RTL so. Ja, das könnt ihr euch sparen. Dann guckt lieber im Internet, über den Browser, über TVNOW. Weil da soll es wohl gratis sein. Da soll auch wohl viel Werbung sein. Aber ich habe es nicht getestet. Will ich auch ja nicht mit der App überhaupt nichts mehr zu tun haben. TVNOW ist bei mir gestorben. Oder guckt es im Stream irgendwo auf irgendeiner. Ihr habt ja noch Webseiten, wo man alles mögliche aus dem TV streamen kann. Dann klingt jetzt doof, aber da sage ich, streamt lieber und RTL fickt euch. Und schenkt RTL nicht das Geld. Streamt. Streamt Leute. Guckt euch die Filme und Serien im Stream an. Aber RTL fickt euch. Also die haben das Geld nicht verdient. Für so billige Abzocke. Für eine dreckige Abzocke, was sie sich da leisten. 2,99 Euro pro Woche. Für das, was im normalen Browser gratis ist. Und dann wird man noch mit Werbung zugeballert. Also wirklich fickt euch. Negativ und Positiv Beispiel. Negativ. Ne, da ist negativ. RTL Now. Positiv. 7TV. So kann man es machen. Und so sollte man es nicht machen. Wie gesagt, ich packe unten in die Videobeschreibung, packe ich mal die Linksreihen von Amazon zu 7TV und TVNOW. Da könnt ihr euch das gerne durchlesen. Ich bin nicht der Einzige, der das sagt, dass NOW absoluter Schund, absoluter Schrott ist. Also NOW hat glaube ich nur anderthalb bis zwei Sterne oder so. Und 7TV hat vier, viereinhalb Sterne oder so. Da könnt ihr euch das gerne mal durchlesen. Also wie gesagt, RTL fickt euch nur. Ist so ein Billion-Schund kann man, so eine Abzocke, weiß ich nicht. Also das ist, da fehlen mir die Worte für. Da fehlen mir echt die Worte für. Das ist einfach nur Abzocke. Ja. So, das soll jetzt auch so weit gewesen sein. Das waren auch die einzelnen Mediatheken, die ich getestet habe. Alle anderen Mediatheken habe ich jetzt nicht getestet. Die gibt es nur ARD, ZDF. Interessieren mich aber nicht wirklich, ehrlich gesagt. Deswegen, ich habe nur die getestet und ich wurde gefragt. Und momentan habe ich mich über RTL so aufgeregt, wo ich die App da getestet hatte, für die zwei, drei Tage. Und habe gedacht, ey, das geht nicht. Also da muss ich ein Video machen, weil das ist so eine billige, dreckige Abzocke. Das geht auf keine Kuhhaut. Deswegen, dieses Video. Schreibt mir doch mal drunter, ob ihr in die Videokommentare, ob ihr 7TV oder TVNOW auch schon mal getestet habt. Was ihr von den einzelnen Apps haltet. Ob ihr so eine Apps überhaupt benutzt, würde mich interessieren. Ja. Und ich bin dann mal weg. Ahoi. Sagt euer Odin.